Kurz vor dem EU-Gipfel zum Corona-Wiederaufbauplan haben die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer die EU in einem offenen Brief zu klaren Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe aufgerufen. Die Europäische Union dürfe nicht länger so tun, als könne man die Klima- und die Umweltkrise lösen, ohne sie als eigentliche Krise zu behandeln, erklärten die beiden Mitglieder der Bewegung Fridays for Future. Das Schreiben hatten auch führende Klimaforscher sowie Prominente wie der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio und die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai unterzeichnet. Darin heißt es unter anderem, sogar ein Kind könne erkennen, dass die Klima- und ökologische Krise nicht innerhalb des heutigen Systems zu lösen seien. Die Klima- und ökologische Krise wirklich dann noch ein Kind und die Klima- und ökologische Krise. Vielen Dank.